von diesem Scheiß infiziert wurde, kann diesen Scheiß auch selber ausscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyn Mytamycin, wenn es einen Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über den Körper und Geist aufzwingt. Das wissen wir ja. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrecht erhält. Aber die gängige Theorie ist, dass Überträger den Autoinductor-Pheromon ähnelt. Die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sin-Sin benutzen. Ich habe absolut keine Ahnung, was die damit sagen wollen. Ich habe aber auch absolut kein Fachwissen in dieser Richtung. Ich bin Techniker. Für mich klingt das aber auf jeden Fall so, dass sie herausfinden wollen, wie Evelyn das macht, weil sie es wahrscheinlich auch selbst theoretisch gerne machen würden, die Kontrolle über diese ganzen Werte zu erlangen. Es aber halt zu diesem Zeitpunkt nur vermuten. Evelyn Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extreme Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Bakterien des Geistes gegen Evelyn's Gehirnswäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mytamyszentinfektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper mutiert wahrscheinlich zu den Dingern, die wir die ganze Zeit sehen und verfolgen, beziehungsweise abbeilern. So, was haben wir hier? Nochmal eine vielseitige. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen mit Mycelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Schrengenommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Mycelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen, die Moldet getauft, angelehnt an das Wort Mold, Schimmelpilz, und Moldet geformt. Bin ich gerade dumm? Die Dinge heißen Moldet. Mold bedeutet Schimmelpilz und Moldet bedeutet geformt. Aber sie heißen doch einfach nur Moldet. Also wo ist das denn angelehnt, wenn sie doch einfach nur geformt im Grunde genommen heißen? Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Doch, finde ich schon. Wenn man gegen diese Viecher kämpfen muss, weil sie einen die ganze Zeit den Arsch aufbeißen wollen, finde ich schon, dass man denen eine gewisse Eleganz absprechen kann, diesen Kacken Moldes. Aber schön, dass man am Ende des Spiels dann auch erfährt, wie diese Dinge heißen. Für die Behandlung von unbeabsichtigen Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum genommen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden, einer was unterzogen werden? Die Gewebeproben habe ich. Das Serum einer infizierten Person zu indizieren, sorgt für eine Kalsinfektion des Mycelin. Aber wenn die Zellen der Person weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Wir haben es doch Mia gegeben und die war doch schon auf einem erhöhten Stadium, so wie ich das sehe. Während wir das Potenzial des Serums untersuchen, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzen. Wodurch das Präparat entstand, dass wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinen Dosen vergewaltigen. Was weiß ich? Wieso streicheln die denn solche Worte? Produzieren steht da wahrscheinlich oder Ähnliches. Oder sollte da stehen. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist die Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyns wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familien als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist eine reine Spekulation, aber könnte es sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen? Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrem abgeschirmten Aufzucht kompromisieren möchte. Die Liebe der Eltern. Das kann ich mir, wie gesagt, es ist ja einfach nur ein Mensch, den ihr da mehr oder weniger die ganze Zeit eingesperrt habt und mit denen ihr Versuche gemacht habt. Ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass sie einfach nur versucht, diesen Familienaspekt einfach zu holen, dass sie sich das wünscht. So. Magnum-Munition. Ich meine, das Serum von... Also die Gewebe-Probe von Evelyn haben wir noch. Wir haben den Granatwerfer. So, wir speichern und dann gucken wir mal, was das da für ein Ding ist, was wir da noch haben. Wahrscheinlich ist das halt etwas, was wir mit dem Serum machen müssen, damit wir dieses Nix, E-Nix, was weiß ich da nicht bekommen. Was wir dann verwenden müssen, um Evelyn zu töten. Oder vielleicht zu retten. Na, ich gehe mal eher von töten. So, gucken wir mal rein. Den Koffer hatten wir schon mal gefunden, im Schiff. Da war die Schrift aber kaum lesbar und diese Dinger waren alle kaputt und fehlten. E-Necrotoxin zerschört Zellmaterial aller Individuum, die auf der E-Serie-Bio-Waffe basieren. Es würde sie also wirklich töten. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben sie dazu eine Probe der E-Serie-Zellen in den N-Necrotoxin-Behälter. Ja, die habe ich ja. Da sind Fötus einfach drin. Damit hätten wir das Gift, was Evelyn töten würde. Oh Gott. Es geht also einfach wie gewohnt weiter. Ist alles durchgeladen. Boah, bis Tollmoni habe ich keine mehr. Was ich immer will in so einer Höhle ist dann Quasin Evil 5 oder so eigentlich hier so an den Wänden und an den Decken gucken und auf alles schießen, was so leicht funkelt, weil ich davon ausgehe, es sind halt ähm Na, nehm mit. Wie heißt es? Äh, Edelsteine. Vier Plätze habe ich im Ementarslot noch frei. Okay. Man hört was singen. Aber wir haben Evelyn doch auch als Kind gesehen. Sind, also heißt das, wir sind auch schon infiziert? Wird hier ein Bosskampf stattfinden? Ich habe so die Vermutung, hier wird wieder ein Kampf stattfinden. Der Bereich ist auch nicht umsonst so groß. schon wieder Macnum, Moni. Ich habe keine Macnum dabei. Es wird auch so, das kann nicht gut sein. Da, das meine ich. Wir sehen sie doch so geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich wollte jetzt gerade erstmal schnell durchrennen. Das war ein Fehler. Wir brauchen uns hier nicht zu beeilen, anscheinend. Ich dachte, ich schütze mich jetzt alles ein. Wir sehen Evelyn doch als Kind. Das heißt, wir kriegen doch auch Halluzinationen. Das macht mir gerade echt Sorgen. Aber was passiert denn, wenn ich infiziert bin und diejenige, die mich kontrollieren könnte, töte? Das ist ein Fehler. Ich will nicht so viel Shotgun-Munition verschwenden. Ich finde die Shotgun immer noch mit einer der besten Waffen. So, meine Pistolen-Amo ist leer. Ich meine, das würde wahrscheinlich die Infektion nicht aufhalten. Von wegen, ähm, den Wirt zu töten, oder? Aber halt die, äh, die, die, diese... Ja, das ist kacke jetzt. Ganz andere Scheiße halt. Weg mit dem Schädel. Wat? Wenn ich sage, weg mit dem Schädel, dann meine ich das auch so, mein Freund. Ich habe leider auch nur noch zwei Bomben. Schrotgewehr-Munni. Ja, Brandstoff brauche ich theoretisch auch nicht mitnehmen. Habe ich gerade nämlich nicht dabei im Flammenwerfer. Oh, Alter. Oh, voll in die Fresse. Oh, Alter. 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 Das ist einfach kackter Ernst, Junge. Aber die haben seit Resident Evil 5 echt einen Fetisch dafür entwickelt von diesem schwarzen Schleimdingens. Auch wenn es damals halt noch nicht so eine komische E-Serie war, sondern der Overbose-Virus. Was soll das jetzt? Die Ruhe vom Sturm oder Endpostkampf? Oh Gott, ernsthaft? Ja, ist doch gut. Ja, mein Gott. Ja, was zur Hölle? Ja, komm, stirb. Verreck einfach. Was soll dieser Mist denn, bitteschön? Egal, was ich mache, sie treffe mit jedem verkackten Schuss dickermuldet. Wenn die Dinger auf mich zugerannt kommen, ja, wenn sie auf mich zugerannt kommen, dann stehen das zu zweit hinten und spucken mich an. Ich fühle mich wie bei der Schulzeit zurückversetzt. Bitte lass mich jetzt davor starten, vor diesem Kampf. Und dann gehe ich halt direkt mit dem Granatwerfer da rein, ey. Muss hoch dort. Ja, die Leiter, aber solange diese Viecher doch hier unten rumlaufen, komme ich da nicht hoch, oder? Warte, End. Also ich denke mal, die spucken mich da jetzt einfach wieder runter, wenn ich versuche, da hochzurennen. Nein, 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 den. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob sie mich runterspucken könnten. Die treffen mich hier. Die treffen mich. Die treffen mich dreimal hintereinander, ich bin tot. Ich schieße drauf, er läuft aus, trifft mich damit, dann spuckt mich der zweite an, trifft mich damit und dann spuckt der, der, auf den ich am Anfang geschossen habe, trifft mich damit und ich bin tot. Ey, ganz im Ernst. Ey, sowas ist doch einfach nicht mehr witzig. Tut mir leid. Aber dass man hier Gegner reinhauen muss auf einmal, ohne Ende. Ich meine, ich laufe ja gerade Richtung Final Endkampf. Interessiert sie nicht, oder wie? Kann ich da. Platz. Bastard, ey. Geht doch. Brennstoff, Muni, fick dich, Spiel. Schienengewehr, Muni. Gut, die Erhöhung war in sofern gut, dass ich jetzt endlich mal die Granaten gut getroffen habe. Also, das Tipp würde ich wirklich sagen, so schnell wie möglich ein ausschalten und den anderen hier rumkiten, weil hier kann er anscheinend nicht durchspucken. So, habe ich hier sonst noch irgendetwas vergessen? Ja, hier haben wir noch eine Kiste. Starke Arzneimittel, okay. Und wie gesagt, es geht ja immer noch darum, dass wir zum Final Endkampf laufen. Wir sind ja also nicht einmal da. Obwohl ich Evelyn ehrlich gesagt allein mit dieser Hintergrundgeschichte gar nicht töten wollen würde. Ich würde ihr lieber helfen, aber ich bezweifle, dass man das kann. Wenn ein Mensch schon so viele schlechte Erfahrungen gesammelt hat in dieser Hinsicht. Kann ich hier runter? Nee. Aber dann sagt Mia halt auch noch so von wegen, nee, ich werde nie deine Mutter sein, blablabla. Das ist halt nicht hilfreich. Das ist ein Speicherpunkt. Kiste ist hier nicht, ne? Karte des Bergwerks. Ja, danke. Kriegt mir sehr viel, die Karte. Maschinengewärmung, starke Arznei. Alter, wie weit muss ich mich denn hier noch durchballern? Ich meine, Evelyn ist die alte Dame im Rollstuhl. Wie weit kann die bitte schön gekommen sein? Hier ist zumindest der Rollstuhl. Warte, die kann laufen? Das sind die Puppen aus dem Keller. Bin ich in dem... Ich bin wieder im Gästehaus. Bin ich sicher? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Sie ist weg! Ich bin wieder im Gästehaus. Ach du Scheiße. Also Evelyn will jetzt da beenden, wo es begonnen hat. E-001. E-001, Evelyn. E-001 stand auch auf die Serienprobe. Also sie ist halt die Erste der E-Serie. Darum E-001. Das finde ich aber gut gemacht, dass man es sieht. Nicht versteht, was das heißen soll. Und dann später zurückkommt und ganz genau weiß. Ach Gott. Hätte man das nur vorher gewusst. Und jetzt sind wir wieder am Haus von... Es ist jetzt schon ein Problem, wenn sie uns jetzt die ganze Zeit diese Halluzinationen vorspielt. Mit Mia. Steht irgendwann die echte Mia vor uns und die ist ja gerade unter ihrer Kontrolle. Stimmt's, Evelyn? Ich gehe jetzt ins Badetimmer. Für Männer. So, ähm... Ich meine, ich muss ja hier noch irgendwo was haben. Hier war übrigens Pistolenmunitionen versteckt in der Beta. Das ist deine Schritt. Warum sehe ich das? Weil ich infiziert bin. Ich sehe Evelyn ja schon relativ... Lang als kleines Kind. Wo wir sie sich verkrochen haben. Okay, hier ist jetzt alles barrikadiert. Ein Puppenhaus da, wo der... Haken eigentlich dran ist. Man könnte zwar immer noch dran ziehen, aber egal. Und dann wäre hier halt die Geheimtür. Da lässt sie uns jetzt nicht nochmal dran. Die Fuse ist auch wieder nicht drin. Okay, Evelyn. Verzieh dich. Verzieh dich. Es ist also tatsächlich wieder so, dass uns Mia jagt. Ich hätte sowas retten sollen. Aber sie sind halt zu lange infiziert gewesen. Die Treppe ist unten. Also laufen wir erst hier durch. Ich bin immer noch der Meinung, dass hier ein Geheimgang ist. Auch wenn es nicht der Fall ist, dann haben sie es da irgendwie schlecht... Keine Ahnung, schlecht gemacht. Weil die Wände sind halt nicht abschließend. Was willst du erwähnen? Sie steht hier? Was ist denn dann oben? Aber die Leiter ist ja unten. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier oben wieder der Showdown stattfindet. Weil man hier oben viel Platz hat. Hilfe! Ey, ist doch abartig. Beide Wege sind blockiert. Oben ist Mia, unten ist Evelyn. Zumindest diese Halluzinations-Evelyn. Die echte Mia läuft ja hundertprozentig irgendwo rum. Sie hat sich nicht umsonst die Kontrolle über sie geholt. Okay, er will... Ist sie jetzt echt oder nicht? Sie ist nicht echt. Alter. Geh nach Hause zurück, aber ich kann wieder nicht durch diese Tür. Ich muss hoch. Hör auf mit deinem scheiß Spielchen. Ich muss hoch. Ich bin super. Fertig. Ich bin hier. Ach. Vielen Dank.